Heute habe ich für dich diese Knobelaufgabe hier. Kannst du es lösen? Ich zeige es dir gleich, wie es geht. Also eine mögliche Lösung werde ich gleich präsentieren. Du kannst ja mal kurz das Video pausieren und erst mal selber überlegen und dann das Ganze mit meiner Lösung vergleichen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo und herzlich willkommen. Komm, ich lege mal los. Ich habe einen ganz schönen Lösungsweg gefunden, den möchte ich dir hier mal präsentieren. Und zwar schaue ich mir zunächst diese Spalte hier an. Sternchen minus Herz ist gleich 10. Ja, was heißt das denn? Das heißt doch, dass diese Zahl hier, die sich hinter dem Stern verbirgt, um genau 10 größer ist als die Zahl, die sich hinter dem Herzen hier verbirgt. Ich symbolisiere das mal so. Ich mache mal hier so ein Pfeil hin und schreibe da mal dran, plus 10. Also das heißt, das da oben ist um 10 größer als das da unten. Okay. Jetzt sehen wir hier in der ersten und in der zweiten Zeile, da kommt in beiden Fällen das Gleiche raus. Also hier ist eine Summe, da ist eine Summe und in beiden Fällen haben wir dasselbe Ergebnis. Mit dieser Information hier, dass dieser zweite Summand, wenn du mal hier hoch gehst, du hast also hier das plus das, da das plus das. Du gehst hier hoch und siehst, der zweite Summand, der wird um 10 größer. Was muss dann mit dem ersten Summanden passieren, damit dann im Endeffekt trotzdem dieselbe Summe rauskommt? Naja, ist irgendwie klar. Wenn das hier 10 mehr wird, dann muss das da 10 weniger werden, im Gegensatz zu dem hier unten. Das heißt, ich kann hier auch einen entsprechenden Pfeil dran machen und sagen, okay, das da muss um 10 kleiner sein. Ja, also das, was sich hinter dem Dreieck verbirgt, muss um 10 kleiner sein als das, was sich hier hinter dieser Raute hier verbirgt. Gut, und jetzt gucken wir uns die erste Spalte an. Diese beiden hier zusammen ergeben 60. Ja, und wir wissen zusätzlich, dass die obere Zahl um 10 kleiner ist als die untere Zahl. Also 30 plus 30 kann das zum Beispiel jetzt nicht sein. 30 plus 30 ist zwar 60, aber dann ist diese Bedingung hier nicht erfüllt, dass der Unterschied 10 sein muss. Wenn ich die eine Zahl verkleinere, dann muss ich die andere Zahl natürlich dementsprechend vergrößern, damit dann in der Summe immer wieder dann 60 rauskommt. Ich will einen Abstand von 10 im Endeffekt bekommen. Das heißt, ich muss die eine um 5 vergrößern und die andere um 5 verkleinern. Dann habe ich ja genau den Abstand von 10. Ja, ich muss ja von dem einen Summanden was rüberschaufeln auf den anderen. Also eben halt nicht 30 30, sondern in dem Fall hier muss dann zwangsläufig die 25 hin. Und das ist schon ein Teil der Lösung. Und da unten dann dementsprechend die 35. Dann haben wir hier nämlich schon mal 25 plus 35 ist 60. Und der Abstand von 10 ist hier auch gegeben, den ich mir ja gerade überlegt hatte. Ja, 25 plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ergibt 40. Ja, das müssen dann da ja offensichtlich dann 15 sein. 25 plus 15 ist 40. Okay. Und wie sieht es da aus? 15 minus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ergibt 10. Dann muss ja hier eine 5 hin. 15 minus 5 ist 10. Ja, passt. Und jetzt müssen wir noch die letzte Aufgabe ausrechnen und gucken, ob das auch noch stimmt. 35 plus 5 ist 40. Jo, auch das passt. Wir haben die Aufgabe gelöst. Ja, mich würde interessieren, wie du die Aufgabe gelöst hast. Hast du es selber hinbekommen überhaupt? Hast du noch eine andere Möglichkeit gefunden? Hast du noch Fragen? Lass mir gerne Kommentare unten da. Ich schaue es mir sehr gerne an und werde dir auch gerne antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.